Habt ihr noch einen Apfelsaft geholt? Oh, noch einer. Guck mir hier unten was cool, der... Ah, lieber nein! Laber dich, ho! Ey, das geht nicht hoch. Ey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Es kam ja ungefähr vor einer Woche das Video von mir. Ich kaufe einen Automaten leer, was ja nicht so ganz geklappt hat. Da muss ich mich erstmal ein bisschen für entschuldigen. Wir sind halt nachts einfach los. Hat nicht funktioniert. Ich war ein bisschen angepisst dann. Und hab mir gedacht, wir haben immer schon relativ viele Aufnahmen. Dann lädt ihr das Video einfach so hoch. Hab wirklich gar nicht richtig drüber nachgedacht, dass es auch ziemlich viel Hate geben kann. Aber, ähm, gut, so ist das. Deswegen hab ich mir aber gedacht, machst du das Ganze einfach nochmal. Und dieses Mal richtig. Ich war heute hier bei der Bank. Ich hab mehrere Banken abgeklappert. Das war gar nicht mal so leicht. Hab insgesamt 250 Euro in so kleinen Röllchen abgeholt. Und hab mir auch schon ein paar Automaten zukommen lassen. Hab den besten ausgewählt. Und da werden wir heute hinfahren. Das Ding ist, der ist in so einer Firma, also im Vorgebäude von dieser Firma. Ich hoffe, wir kommen da auch rein. Aber es wird schon irgendwie klappen. Und, äh, Herr Raj ist auch noch dabei. Was geht ab, Leute? Ganz wichtig noch, wir sind morgen... Also, nee, warte mal, Samstag, ne? Jetzt? Morgen? Nein, nein. Wir sind diesen Samstag in Wien auf der Videocon. Kommt gerne vorbei. Tickets sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wird auf jeden Fall cool, wenn ihr aus Wien kommt. Sehr, sehr gerne. Ich war noch nie in Wien vorher. Also, checkt das ab und dann sehen wir uns am Samstag. Also, Leute, wir fahren jetzt los zum Automaten. Und dann bin ich mal gespannt, wieviel ich ausgeben werde. Ähm, also, let's go. So, Leute, wir sind jetzt da. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und hoffen, dass wir das ohne Problem machen können. Aber ich denke, das müsste eigentlich gehen. Also, Leute, wir sind jetzt da. Hier geht man einfach rein. Das Ding ist, das hat halt irgendwie immer offen. Warum? Ich muss das gleich rutschen müssen. Was? Nein, glaube ich nicht. Also, wie gesagt, das ist hier halt so eine Art Kantine einfach. Also, hier kann man irgendwie immer rein. Irgendwie so ein, keine Ahnung, wie man es nennt. Aber hier haben so irgendwie Firmen darauf Zugriff und können hier halt hingehen. Auf jeden Fall zeige ich euch mal den Automaten. Ähm, ich habe mir den halt vorher schon mal angeguckt. Einfach, weil es in Köln so viele Automaten gibt. Und manche, die sind einfach so voll. Vor allem die an den Hauptbahnhöfen und so. Da passt, keine Ahnung, da musst du wirklich 1000 Euro bezahlen, bis das ganze Ding leer ist. Und ich habe gesucht nach einem Automat. Ich habe keine Ahnung, wie viel hier jetzt drin ist. Ich zeige es euch einfach mal. Also, ähm, es ist auf jeden Fall schon eine Menge, ne. Auch hier unten, diese Dinger gehen wirklich bis ganz nach hinten. Zum Beispiel hier dieses... Was ist das? Schokoreis habe ich noch nie gesehen. Also, wir haben jetzt mal wieder... Was haben wir? 22.30 Uhr. Wir haben halb elf. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich würde erst mal sagen, wir schätzen... Ach so, das ist ganz wichtig. Schreibt jetzt auf jeden Fall auch mal wieder eure Schätzung in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie teuer wird das sein? Ähm, ich habe es euch ja schon eben gesagt. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich war bei der Bank und habe hier ordentlich Geld geholt. Ich habe insgesamt 200 Euro abgeholt. Ne, 250 Euro sogar. Weil ich es jetzt halt wirklich durchziehen will. Ich kam mir letztes Mal irgendwie danach ein bisschen dumpfer, dass ich es nicht hinbekommen habe. Ich glaube... 170 Euro. Ich glaube 380. 380? Tschüss. Oder ne, ich erhöre auf 400. Hä? Digga, was? Da steht aber auch gar nicht dran, wie teuer das ist, ne? Ne, muss erst draufklicken, dann weißt du. Zum Beispiel 32. 80 Cent. Das ist ja voll günstig. Wohem als erstes ein Cola braucht. Leute, heute geht alles auf Alex. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier in der Mitte an mit den M&Ms. Achso, meine Tüte habe ich wieder dabei. Hier, da kommt alles rein. Und heute geht es auch wirklich schneller. Beim letzten Mal, das hat so lange gedauert. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das erstmal an. Meine Karte wird einfach gesperrt, weil ich die ganze Zeit diese Karte da dran gehalten habe, weil ich kein Kleingeld hatte. Also, ich mache die M&Ms leer, wir verstellen das ganz mal, weil das Video soll ja auch nicht 30 Minuten gehen. Ihr könnt auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie lange dauert das? Ich blende euch dann am Ende mal die Zeit ein. Junge, so viele M&Ms kann ich gar nicht in zwei Wochen essen. Junge, filmen wir einmal so von hier oben rein. Sieht man das? Ja. Die liegen da schon so bis nach oben hin. Ist das was Witziges? Hä? Wenn die Leute morgen hier reinkommen, alles ist leer. Jaja, klar. Die denken sich auch so, was ist mit unserem Automaten passiert? Vor allem so einer denkt sich morgen früh, boah, erstmal einen mit M&Ms können. Und dann... Alles ist leer. Okay. Kann ich mal weiter? Ja, mach du mal weiter. Hier. Leute, also wie man sehen kann, die mittlere Reihe ist schon komplett leer. Ich würde sagen, mach mal schön weiter. Oh, jetzt kommen Gummibärchen. Yeah. Also wir verstellen das Ganze nochmal. Weiter geht's. Leute, alle, die diese Schokowaffeln kennen, geben jetzt mal einen Daumen nach oben. Aber eins muss man sagen, dieser Automatenbuffeler, der lenkt sich morgen auch so. Ja. Ich bin in der Beförderung. Hä, was ist das denn? Käsekuchen. Probier's. Leute, das ist einfach Käsekuchen. Das habe ich dann nie gesehen. Leute, schaut euch das mal an. Wir haben hier einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Minuten. Wir haben hier einfach jetzt 15 Twix. Leute, jetzt kommt das erste Getränk hier, eine Cola. Wo kommt ihr noch drauf? Echt da oben. Die erste Kohle. Ja. Der hat kein Wechselgeld mehr, glaube ich. Schaut euch das mal an, wie es aussieht, ey. Leute, das letzte Twix, das waren einfach 15 Stück. Ja, räum die mal ein jetzt. Leute, kurzer Zwischenstand. Also ich habe jetzt genau 100 Euro ausgegeben bis jetzt. Also ich habe noch ein bisschen mehr. Und das meiste ist aber auch schon weg. Wir haben hier unten jetzt noch ein paar Reihen. Und mal sehen, wie lange das noch dauert. Man fängt auf jeden Fall bei der Arbeit auch an zu schwitzen. Das ist richtig, wie sagt man, Hochleistungssport. Genau. Ja. Ey, mach du mal, weil ich habe keinen Bock mehr. Möchtest du die Silo holen? Ja, holen wir mal bitte. Warte mal. Ich muss ein bisschen an meinen Körper denken, deswegen bitte einen Apfelsau. Ja, bitte schön, dein Apfel schuldig. Leute, hier ist noch jede Menge drin. Wir sind bei den letzten mal in Reihen. Ey, hol mal bitte einmal kurz den Energy Drink. Ich will einmal wissen, wie teuer der ist. Ein Euro? Ja, das ist ja günstig. Oh, hier unten ist wieder voll. Leute, wir befinden uns auf den letzten Metern. Wir haben noch drei Ballistos, vier Duplos und so ein paar Energydrinks, dann sind wir fertig. Und das hier ist auch mein letztes Geld, dann sind 250 Euro weg. Aber das ist alles für einen guten Zweck, das wird alles gespendet an Leute, die sich drüber freuen, also da kann keiner was sagen. Du kriegst aber gar nichts davon, du kriegst. Ey, die sehen aber geil aus irgendwie, die haben neues Design, oder? Leute, das Problem ist, das ganze Wechselgeld fällt immer hier rein. Leute, wir haben insgesamt noch, warte, noch sieben Stück, oder nicht mal, oder? Sechs Stück. Der ganze Automat ist einfach fast komplett leer jetzt. Ey, drei Stück noch, oder? Drei, drei, drei. Vier, 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 vier. Oh mein Gott, eins zu so. Oh mein Gott, Digga. Leute, wir waren jetzt hier bestimmt eine Stunde, oder so. Und dann ist das Ding leer. Einmal bitte jetzt Trommelwirbeln und irgendwelche Special Effects. Komm, die ist jetzt die 6, ich nicht hin. Ja, okay. Ja! Oh mein Gott! Leute, wir haben jetzt hier insgesamt noch, warte, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Insgesamt 238 Euro und das ganze Ding ist leer. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Warte, wir haben aber noch gar nicht alles in den Tüten. Ah, Digga, nein! Laber dich, hau! Ey, das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Oh mein Gott. Nicht, dass dein Handy jetzt da reinfällt, Digga. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Er sagt nicht dein Handy, aber nimm deins. Ja, meins ist nicht so schlimm wie deins. Ja, warum nicht? Warte, du hast auch x, ne? Nein, ich hab sieben. Ey, gib mir dein Handy. Nimm besser meins. Das ist so... Ey, ich dachte, das irgendwas gekauft hat. Guck mal, guck mal, einen lassen wir drin. Einen lassen wir drin? Einen lassen wir drin. Einen lassen wir drin. Einer wird sich drüber freuen. Einer wird sich drüber freuen. Leute, das war's. Wir sind fertig. Jetzt geht's nach Hause. Ey, das ist echt schwer. Das liegt bestimmt. Alles klar, Leute. Jetzt geht's erst mal nach Hause. Bis gleich. Dann morgen. Junge, was hast du denn hier gemacht? Leute, der hat gestern eine Tüte mit nach oben genommen. Die andere ist noch im Auto. Aber warum das jetzt hier alles rumliegt? Hä? Ich hab mir jetzt gedacht, wir fliegen jetzt gleich nach Österreich. Ein bisschen davon nehmen wir mit und verteilen das an die Leute, die vorbeikommen. Ey, stimme auf, wir müssen jetzt los. Was ist das oben? Wir haben schon ein Viertel vor zwölf gleich. Ein bisschen was esse ich natürlich auch selber. Aber den Rest, also vor allem das was unten im Auto liegt, wollte ich halt irgendwen geben, der sich darüber freut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo man so viele Süßigkeiten hinbringen kann. Letztes Mal habe ich ja ein bisschen was davon in der Stadt verteilt. Kann ich zwar dieses Mal auch wieder machen, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was man sonst noch damit machen kann vielleicht. Wir müssen jetzt los. Du hast noch eine halbe Stunde. Warum hast du das da ausgebreitet? Ist doch cool, dass wenn ich am Kunden gestern reinkomme. Wow! Was? Also Leute, das war's mit dem Video. Wie gesagt, wir uns geht's jetzt nach Wien. Kommt vorbei auf die Videocon. Würde uns sehr freuen und haut rein. Ciao! Ciao! Ciao!